Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Immer noch in der Winkelgasse bei unseren Einkäufen. In der letzten Part haben wir uns extrem abgequält, um diese blöden drei Warzen von dieser Kröte da zu kriegen. Und ja, jetzt gehen wir mal hier zu Ollivander. Aber garantiert nicht, um uns einen Zauberstab zu kaufen, denn den haben wir ja bereits. Mal sehen, was der hier noch so für uns hat. Vielleicht den Uhu. Oder? Ah, wie ich sehe, haben sie die drei Knuts. Gehen sie sich ruhig ihre Pfauenfedern holen. Oh nein. Mein Pfau ist im Garten. Ich würde ihnen raten, sich an ihn heranzuschleichen. Wenn er sich erschreckt, senkt er nämlich seine Federn herunter. Ich muss sie warnen. Verwenden sie bei einem Pfau niemals ihren Zauberstab. Sie könnten sich selbst verletzen. Ziehen sie sich gut um. Hier stehen Kisten mit Sachen herum, die ich schon längst vergessen habe. Ich hasse das mit dem Pfau. Das ist auch so schwer. Ach, komm her. Ich tue dir doch nichts. Gib mir eine Feder, du. Honk. Gib mir eine Feder. Gib mir eine Feder. Du. Jetzt gib mir eine Feder, Mann. Dass ich die auch nicht sofort kriege, wenn ich den berühre, ne? Ey, furchtbar. Ich tue dir doch nichts. Ich tue dir doch nichts. Ich tue dir doch nichts. Hör auf weg zu rennen, du Arsch. Dass ich die noch nicht in der Ecke irgendwie festkeilen kann, ne? Bleib stehen. Oh, dass die Anzeige auch so schnell runter geht, ne? Ich will die Feder haben. Oh, die Anzeige ist schon wieder leer, ey. Das ist doch zum Kotzen. Ja, endlich eine Feder. Dass ich hier nicht auch für jede Feder neue Zeit kriege, ist extrem scheiße. Bleib doch mal hier, du Scheißviech. Jetzt bleib hier. Oh, ich hatte sie fast. Ich hatte sie doch fast. Gib her. Gib her. Gib her. Bleib hier. Schaffe ich doch eh nicht, ey. Es tut mir leid, aber sie war nicht schnell genug. Versuchen Sie, sich beim nächsten Mal etwas mehr zu konzentrieren. Ja, wie soll ich mich da konzentrieren, wenn der Scheiß-V vor mir abhaut? Das hilft, da hilft konzentrieren doch nichts. Kann ich mich da an dich anschleichen? Ne, kann ich nicht. Ich will nicht. Ein Glück. Eine Feder haben wir schon mal. Yes. Sehr schön. Komm, komm, komm. Komm zu Papa. Yay. Wir haben sie schon. Cool. Sie haben sich drei Federn geholt? Oh, ich wusste, dass sie es schaffen würden. Ach, auf einmal. Idiot. Na, und du lernst ein bisschen zaubern? Zeig mal, was du kannst. Na komm, zeig mal. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Zeig mal. Na los. Komm, zauber was Schönes. Mach was. Yay. Du kannst es. Yay, du kannst zaubern. Gratulation. Mein Zauberstab macht gerade nichts, außer dass er halt, ne, das macht. Aber es ist hier echt der Zauberstabladen. Aber aus irgendeinem Grund war das hier halt auch mit dem V. Warum auch immer der Typie im Lager einen V hat. Ich weiß es nicht. Obwohl, naja, okay, Federn sind ja manchmal Teil eines Zauberstabs. Aber Faunfedern? Also kein Phönixfedern ist verständlich. Aber Faunfeder? Das ist so, keine Ahnung. Also nichts besonders magisches oder so. Ah, die Eulerei. Die ist noch relativ easy eigentlich. Da können wir eigentlich nicht viel verkacken, wenn ich mich recht entsinne. Ausgezeichnet. Sie haben drei Sickel. Damit können Sie sich eine Uhu-Feder kaufen. Mein Uhu ist in der Eulerei. Aber er ist ziemlich nervös. Er muss noch gefüttert werden, bevor Sie eine seiner Federn haben können. Sein Futter liegt auf dem Tisch in der Eulerei. Der Wingardium Leviosa-Zauber hilft Ihnen dabei, den Uhu damit zu füttern. Verzaubern Sie das Futter, indem Sie auf den U. auf die X-Taste drücken und bewegen Sie es mit den Richtungstasten zum Uhu hin. Halten Sie die X-Taste gedrückt, damit es nicht auf den Boden fällt. Okay. Wenn der Uhu satt ist, macht er erstmal ein Nickerchen. Sie können dann denselben Zauber verwenden, um die Feder in Ihren Besitz zu bringen. Viel Glück, Mr. Potter. Okay, dankeschön. Hey, hallo. Wie geht's dir? Oh Gott. Ihr gefräßigen Biester, nehmt mir bitte nicht das Futter für den lieben Uku weg. Wingardium Leviosa. Nein, 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 nein. Das ist für den Uhu und für niemand anderen. Sehr schön. Wingardium Leviosa. Los, hier, friss. Und nochmal. Wingardium Leviosa. Weil die Eulen, die hier rumfliegen, die können auch mal das Futter gerne wegschnappen. Deswegen müssen wir hier aufpassen. Na los, friss. Sehr gut. Wingardium Leviosa. So, und shit. Oder wollen wir noch ein bisschen so die Eulen füttern? Ach, können wir auch gar nicht. Okay. Schade eigentlich. Na gut, okay. Tschüss. Jo, jo. Behehren Sie mich bald wieder, Mr. Potter. Und viele Grüße an Hedwig. Wiedersehen. Ach, das ist aber nett, dass du noch an Hedwig denkst. Ja. Habe ich ja auch hier damals bekommen. Ach ja. Meine gute, treue Eule Hedwig. Hey, Herr Greg, na, bist du endlich vollge- volltrunken? Gut gemacht, Harry. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen, damit wir den armen Norbert heilen können. Warst du jetzt schon hier, um Druck zu machen, falls ich noch nicht fertig bin, ne? Sagt der Motto, ja, Harry. Endlich wieder zu Hause. Geben jetzt Norbert das Drachentonicum. Ja, endlich wieder zu Hause. Hat auch so viel geleistet, ne? Wir haben's geschafft, Harry. Norbert ist wieder wohl auf. Gott sei Dank. War so besorgt. Mhm. Bin ja froh, dass es ihm besser geht, aber auch irgendwie traurig. Er ist jetzt alt genug, um sein Nest zu verlassen und für sich selbst zu sorgen. Tja. Er will jetzt für sich selbst sorgen, der Kleine. Will ihn aber hier behalten, damit ich mich um ihn kümmern kann. Ist aber gerade nicht sehr vernünftig von dir. Vor allem, wenn er größer wird. Das könnte noch gefährlich werden sogar. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Ja, wir wissen's. Geht's nochmal weiter? Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. In dieser Nacht brachte Harry Norbert zum höchsten Turm. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Als die Sache mit Norbert erledigt war, wurde Harry von Professor McGonagall geschnappt und bestraft. Malfoy war daran natürlich nicht ganz unschuldig. Zur Strafe wurde Harry in den verbotenen Wald geschickt, um dort nach einem verletzten Einhorn zu suchen. Oh Mann, jetzt kommt der verbotene Wald, Leute. Suchen am besten getrennt nach dem Einhorn, Harry. Verletzte Einhörner findet man am besten, wenn man der silbernen Blutspur folgt. Müsste eigentlich gut zu sehen sein bei diesem Mondlicht. Folg den silbernen Blutspuren, um das Einhorn zu finden. Sei vorsichtig, im Wald lauern viele Gefahren. Geh jetzt besser. Draco, der verzogene Bengel, wartet mit Fang auf mich. Wenn ich nicht bald zurück bin, hat Fang ihn möglicherweise aufgefressen. Aber das wäre doch eine gute Sache. Wo ist er gut hingegangen? Naja, wie auch immer. Ich mache hier erstmal einen Cut, Leute, denn die Zeit ist... Oh. Ja, Entschuldigung, Kameramann. Denn die Zeit ist definitiv rum. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wo wir dann den verbotenen Wald erkunden und nach dem verletzten Einhorn suchen werden. Also bis zum nächsten Part, wenn ihr starke Nerven habt. Ciao. Ciao.